ja willkommen mein namen ist dann die rülp und ich will größer mich zurück zur let's play details auf der serie immer noch im strand outfit oder sommer outfit in der letzten folge haben wir ein paar kämpfe gemacht und was geht's angeguckt übrigens gibt es jetzt noch ein skit aber erst mal gucken wir mal wie unsere dinge zu ausgegangen ist unsere expedition schwarze hasenohrn um aber machen wir machen ja dann schicken sollen weil es das beschwerdebuch dieser glaube ich nicht wieder was unter deinen büchern ist so Was ist das, was du mit dem Poem zu schreiben? Das ist der erste Poemist, Noro-Min-Poem. Ich werde dir das, was ich mag. Wenn du in den東en bist, sagst du, sagst du, sagst du. Wenn du in den東en bist, sagst du, 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 sagst du. Da kann nicht nur arbeiten, sondern nur arbeiten. Das ist auch du, suchst, wenn du in den через zwei Stunden bist. Schau, ich habe die Feuchtigkeit. Denkst du ins Gesicht. dass ich immer so aus wir haben hier noch ein paar gespräche hallo habe ich auch in den alten stecken jetzt auch solche rausgezeichnet sind jetzt bestimmt nicht zurück Ja, kriegsvoll ist auch Schwendung. . . . Ich hab ihn mit mir, die geheimen Nationen von Hüt Und bin ich wirklich lange, mein Schmacklück Das ist doch, die Russen, die Brüfe des Wörter des Wartens oder die Brüfe des Wartens Aber hisside hat einen Kraft und seinen Berührer zu lassen Ja, also Das will ich meinen Schmacklück super, dass die Russen die Musik von Hütter des Wartens hat dies nicht festgelegt wir sind ja auch noch ein bisschen wie gesagt haben wir sollen die wenn jemanden finden okay dann gehen wir zum hierhin glaube ich das ist mal mehr so ein teleport denken also es hat mich so schlimm dass wir jetzt hier aber am anderen linde war die haben in die boxe kann ich nicht machen weil die beiden gebiete wo die letzten sind also die schwächsten von allen da kann ich aus irgendeinem grund nicht hin das ist ja einmal dieses labyrinth wo wir diesen käfer gefunden haben und einmal da wo eisen wo wir getroffen haben und eisen sind beißgebiete wo ich nicht hin kann im moment also müssen wir die erst mal ignorieren und hier die story weiter führten aber es hat keinen dicken ein paar seelen war das mal nicht die allein freundlich noch 400 jetzt habe ich 600 gut weiter geht es hier sind wir stehen geblieben genau kämpfe müssen jetzt nicht unbedingt ich nehme an jetzt kommt irgendwie im boss kampf wie so hat jetzt hier sind teleport dingen ist da ist jedenfalls schon mal eine truhe voll aufgestoßen tschuldigung aber noch eine bronze truhe weiter immer noch bis irgendwie so golems also mimics auftauchen wenn irgendwann so golems mimics auftauchen da war irgendwie klappt das ist halt nicht da kommen wir ja riesen engel aufsteigender engel genau gern mehr und sollst du schnitt stich man das hätte auch schon wieder voll gut den anderen ort ja das papier alle haben sie in dem ist gerade alle haben sie in dem ist gerade eigentlich gezeichnet so muss der kampf ablaufen das ist genau gleich und sagst du mal die gleiche karte ist erst die karte gezogen hat die meisten ab sehr wohl nichts gelernt war so nach dem kampf oder die morale geschichte und was haben wir heute gelernt freundschaftsrapporte schreiben so eine prinzessin die ich kenne aber ich kenne keine prinzessin die weite sind noch schon eine ganze ewigkeit aber umrennen merke ich gerade oder ist eine katztruhe katzkiste wie konnten die anstatt katzkiste wir konnten die anstatt katztruhe katzkiste die dinger nennen mein katztruhe das passt auch voll perfekt damit damit ich mit irgendwie ich bin irgendwie darauf gekommen also hat sagt schon was da ist noch ein teleporting ok warum sind hier teleporting muss irgendwann mal ein boss zu sagen wie sowas kommen wenn ich vorstelle direkt zwei hintereinander sind einfach nur mehr den weg zu verkürzen als platz spielen wie so freundlich wäre oder so oh gott oh gott oh gott die lecker bei den haaren geweck 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 des lebens zerstören mit jemand haben kann da läuft man einer spieler ja durch ich war manchen dann wird schon wieder an ein ok wir sind also in der nähe tempel ist schon mal gut ich habe die wert war ich weiß nicht ob man die aktivieren muss um überhaupt hier weiter zu kommen das unterste ist das neuste ok weiß ich ob man die einmal aktivieren muss damit irgendwie aktivierbar sind oder so mein letztens war da auch irgendwie so was gerade war weil die story im weg war ich habe keine ahnung hier was ich bin jetzt eingegangen habe es aktiviert so jetzt kommt ja ein boss oder wenn wir einen tempel betreten das kommt mir doch bekannt vor ich tue direkt immer irgendwie so eine wir suchen wir mal so direkt alles mit jetzt ist hier ja zu verbinden parlamide ist ich meine so ein tempel da kann doch fünf tausende jahre alt sein also ich meine er ist jetzt wahrscheinlich schon tausende jahre alt also mit der bis zu test ist hier noch auch noch überall dauern oder man weiß es nicht da ist ein kraut ich haben da liegt jemand jemand hat der angegriffen gut ja 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 stimmt aber ja noch ein dämon die mal erlebigen mussten das ist unter masser tempel da kommen gerade erst hier rein bei roko letztens ich weiß nicht mehr was aber aber auch irgendwie was wir sind kurz reingekommen mein gott es hat hier aber rind ja 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 wissen eine ahnung wir sind euch mal einen schritt hier reingegangen immer deine münze ich bin ich jetzt endlich mal rein bevor wir uns sind gibt es hier monster keine ahnung wir sind wortwörtlich nur einen schritt hier eingegangen bei monsters den level 39 meine güte macht doch mal ein bisschen halb lang ihr habt keine ganz ein blut wenn ich meine zeit die männer liegen nur zu füßen wortwörtlich 9 zaubert glaube ich schocktrommel wird schlänger ab die einen bereich vorhin am ender treppen na oh gott da er steht nur blöd darum er stand die ganze zeit nur darum hallo statt hier statt die ellenor etwa auf dem hinterland noch mal einmal etwas leichter hier durch die gegend darum und schon die kerle auf den internen dann bestimmt mal die ganze zeit hier auf den tank und das wagen muss jetzt nicht unbedingt die kamera dahin suchen werde ich das sagen wasser was hat so wer wird hat schon genug gefahren sind wir morgen fahrungspunkte ja er hat gelevelt ja schon wieder neu maler karten ja das ding ist ja ich werde jetzt nicht ausprobieren weil ich nicht weiß wort ist und wie das einstellen und sohn abkall das hat die anfühle ich habe irgendwas zu hinterlassen ja oh mein gott ehrlich warum klappt man noch mehr als 8 ich habe vier dinger gehabt aber mal gewohnt vielleicht zwei sind wechseln war ja okay wie wohl papier erdangriff kauf ja bräuchten erdangriff ich glaube nicht hat besser wasserangriff kauft das ist doch auch gut obwohl er auch kein wasser angefangen war was das denn der weiße zeichen okay der volet schon etwas geschrieben wenn ich befindet sich an symbol welches das fließende wasser beherrscht wird der kecht mit wasser gefühlt und das symbol färbt sich blau wird das wasser deinen weg wie eine mauer versperren wasser gefühlt und das ist ja wenn er kriegt mit feuer getrocknen und das symbol färbt sich bei ist beruhigen sich die tosen fluten und gehen den weg frei okay also feuer macht auf wasser nicht gleich mit wasser füllen versperrt im weg wieder anzünden aber wenn ich eine aussparung sie soll das ob man etwas ein einsetzen könnte okay irgendwie so test symphonia flashbacks hier kannst du nicht irgendwie erklären deswegen ok feuer die rink aber nur an und aus machen 20 minuten meine güte wenn ein kecht mit wasser geführt ist fließt er damit verbundene wasserfall versperrt im weg mit feuer kannst du das wasser verkocht lassen und dem wasserfall zu stoppen und weiter zu gehen dann gebe ich die in dieser kirche noch andere zwecke als diesen da kann man ja sagen warum ich das überhaupt nicht mal nur einen irgendwie haben oder was wahrscheinlich kann ich mal noch ein irgendwie an hallo wo kommst du in der ex man perverser die rutscht einfach also vorbei da geht man die sind natürlich wieder viel stärker als man lieb ist mein gott fünf sekunden später sind alle tot ich gehe so wie dazu okay war noch ein perverser doch die ganz angefangen ja mal probieren wir wechseln ich habe so wie hann noch mehr magier probieren wir haben magie absorbieren wer magie absorbieren immer ein wechsel wie blöd sehr gut haben wir brauchen wir jetzt mal ja der knopfdruck machen kann ich habe noch mal irgendwann mit bandit super bandit da fährt 50 meine güte und wenn wir mal ein grund warum ich das nicht hallo aber nie gesehen wie magie das gemacht hat na gut da sind wir mal ein grund warum ich das nicht jetzt hier machen würde ich mal irgendwie gleichzeitig haben ja okay das geht zu ich weiß er geht auf meine ich so dann haben wir einen grund warum ich das nicht machen sollte so ist jetzt auf der rechten seite auch ein ding gewesen ich glaube nicht also zum kaputt machen ich glaube nicht dass keine schatz zu mir ja also okay war er direkt zu ich bin eine sekunde reingegangen okay dann gehen wir mal zur tür nummer rechts von da aus ist das rechts und da ist eine sakrasse mit der truhe das ist gut zerstört was zu steuern muss alles töten wir sind voll die antagonisten und so und jetzt ab dingen warum es hier schon ein teleport dingen ok jank so wasser leute stelle ich mal nicht sagen wir sind sogar passt eingekleidet dafür ich meine jetzt ehrlich ja du nimmst das so wie er ok tränen von edelstein da wasser zeichen da ist ab wasser zeichen als der bogen genau den tun wir jetzt seine mit reinpacken ja die rätsel sind irgendwie gar nichts im vergleich finde ich hier in dem weg ist irgendwie dinge spiele die älter scrolls online da sind ja richtig und fair schwierige rätsel in einigen stellen und merkt dinger und also was ist das hier kinder geburtstag alles ich meine ich muss ja nur ausmachen bisher und da bist du ein boss du bist ein schritt gelangen wir müssen irgendjemanden finden und dann ist natürlich mehr zu spät 39 bis genau gleich wie war es ok 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 wir sehen welche einsetzen aber wir sind die klein als von freundin wie aussahst schon leicht kaputt das sind noch eine mystiker und noch ein und ich kann ich gar nicht hier nach mein aber das ding ist gleich kaputt oh mein gott und dann kommt ein schlag und wir sind weg ja weg von der nein wie du fragst wenn man kaputt hat nur noch kaputt er hat doch gar keine api mehr und zwar war es war einfach Wenn ich nicht... Ich bin ein Problem! Ah, das war's! Ah, das war's! noch ein kampf müdenes glatt zieht zufällig keine möglichkeit auslösen die expeditions zurück und wir haben alle gegessen oder nobel wird hat gegessen keine ahnung sieg verloren sieg hat es gefunden hey den heim käme ich aber dass ich eine hatten sie für die zeichne meisterhaften schwertkämpfer sei es davon ich weiß jetzt nicht von irgendein hauptcharakter richard aus tells of grace hat glaube ich auch irgendwie so ein kostüm ich mir irgendwann mal alle angucken reingeht so spezialtraining haben wir nicht schon basis training später höhere erfahrung bin ja sehr gut gut dann gehen wir mal kurz zurück und speichern jetzt zurückkehren mann anriff wirklich geht auch so ja wir sind zwar eher gut bei einem party wenden wir sehen uns dann nächste folge wieder wenn wir wieder da reingehen wieder da reingehen in diesen tempel und gucken was da noch so alles drin ist ja wo mein gott ich bin dann herzlich für zuschauen und sage tschüss und bis zur nächsten folge